Ich habe nur drei gehört! Nein, dein Zähl war nicht drauf! Okay, dann doch mal! Okay, stopp! Extra-Folgen! Unprofessionell! Jetzt zähle ich! Lass knacken! Zähl schnell! Schnell! 3-2-1! Herzlich willkommen! TTT Extra-Folgen! Richtig professionell! Mit ganz vielen Leuten! Anne, Nefi, Lick, Wittwirt Gaming, Kundran, Dados, Koro, Julia, Kickbots, Salobius, AGP, ich und hier, ja, Early auch. Unprofessionell, sondern zweiter Fall. Nefi ist jetzt erst durchs Portal. Nein, ich bin schon dreimal durchs Portal. Es ist übrigens Pflicht, direkt durchs Portal zu gehen, nachdem man eine Waffe hat. Gebt noch Waffen in einer normalen Welt? Nein! Doch, auch da gibt's welche. Warum ist Julia schon tot? Aha, Julia ist tot, aber die hat eh schon früher aufgenommen. Die hat ja eh schon frühzeitig aufgenommen. Und Lobios' Traitor ist confirmed. Fängen sie mal auf, damit auch alle wissen, was sie getan haben. Ey, ihr rennt alle in die falsche Richtung. Ja, Julia ist direkt hinterher gesprungen, dann musstest du gehen. Ja, die gehen heute die andere Seite. Ach so! Julia Trin? Hallo! Lobios' Traitor! Lobios! 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 Wer ist es? Anonymos! Lobios hat Traitor hat mich getötet. Was? Brecher? Anne-Nymos! Kommt jetzt gar kein Detektiv. Ich bin der Detektiv. Der hat doch Raph ihn umgebrannt. Du hast doch gesehen, Dardosch! Raph hat gesagt, Anne-Nymos ist richtig. Äh! Nicht mein Kollege! Dardos ist selber hinter dir? Ich schaff es nicht den Leuten hinterher zu rennen, weil die immer durch Teleporter gehen. Agepi, komm, hör mich über, ich bleib dich ab! Das ist ehrlich, ne? Ob hast du ihn getötet? Ich hab ihn nicht getötet, Mann! Anne! Ich such den ja jetzt gerade mal! Liquid und Dardosch! Liquid, Dardosch und Anne! Liquid, Dardosch und Anne! Anne hab ich getötet! Und jetzt noch Liquid und Dardosch! Was ist mit mir? Liquid und Dardosch Trader! Nein! Doch, confirmed! Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ist nicht! Doch! Liquid ist richtig schlecht! Da ist jemand gestorben! Das war nur da! Wer war das? Das war Liquid und Dardosch! Das war Liquid und Dardosch! Das war Liquid und Dardosch! Und Dardosch! Höre! Dardosch! Oh fuck! Stopp, stopp, stopp! Du hast auf ihn geschossen! Nein! Auf Dardosch hab ich geschossen! Warum schießt du auf Dardosch? Liquid ist zu 100% Traitor und Dardosch hat nicht auf ihn geschossen, als er daneben stand! Dardosch hat aber mich auch nicht getötet! Das würde aber Sinn machen! Ich kann sein, dass Dardosch und Gaming schildern! Ich weiß ihn aber nicht! Rechts! Rechts! Hier! Hier war was! Wo jetzt lang… Da! Das ist der falsche, oder? Das ist Liquid, ich hab ihn gesehen, er ist rot! Das ist Liquid, ich hab ihn gesehen, er ist rot! Das ist Liquid, ich hab ihn gesehen, er ist rot! Das ist Liquid, ich hab ihn gesehen, er ist rot! Das ist Liquid, ich hab ihn gesehen, er ist rot! Ich geh da lang! Wir werden noch in Korre! Ich fick dir nie! Was spielen wir denn überhaupt? Wer ist denn? Kundran ist dann der Letzte! Ah der ist doch ihr! Wer denn? Kundran! Links! Was ist da? Rechts! Ich dachte, Dardosch ist es! Da lang! Da lang! Nein, ich hab grad Liquid getötet! Ach, das kann gar nicht sein! Das ist Kundran! Aber wo ist der? Dardosch täuscht nur! Da! Ich hab ihn gefunden! Au! Au! Oh Gott! Flieg! Flieg! Was ist er denn jetzt schon wieder hin? Oh Gott! Hier! Wehe, dass ich das Fliege ausgesehen habe! So wär Ärger! Moment! Das ist er halt auch scheiße! Ich hab ihn erwischt! Oh! Kann gar nicht sein! Oh Gott! Nein! Wo ist er? Ja! Ja! Da war er! Da war er! Ach man! Das war richtig! Kundran! Da! Kundran piep einmal! Piep! Die Musik ist so... Oh! Kam er jetzt richtig aus... Kam er jetzt richtig aus dem Teleporter raus? Ja! Er stand ja auch... Aber da du zu schauen war so lustig! Er so links, rechts! Wo sind die... Ja! Nein! Scheiße! Aber Kranz! Steffi hat ja zwei Schüsse! Scheiße! Jeder Gang macht Schleck! Habe ich mir gedacht! Kann es sein, dass dieser Entwaffungsschmarrn da irgendwie gar nicht mehr aufhört? Ähm... Sehr sehr lange nicht! Oh Gott! Ich bin versaut! Warte! Warte! So warte! Nach und nach durchs Portal gehen! Bitte! Wir haben voll lange gewartet! Welcher Kopflocker ist in der Stinge? Ja ich connecte sowieso mal neu, weil bei mir dieses Entwaffung nicht aufhört! Hat irgendwer hier irgendwie ne... Entschuldige die gute Runde, dass ich das habe! Hallo Kondran! 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 Ich stehe bei Irving and Red! Wo ist er auch da? Ey! Ich werde getötet! Oh mein Gott! Nils ist wirklich tot! Aber das ist doch Quatsch! Du hast mich doch gesehen! Das ergibt eigentlich mit! Warte! Dann ist es wahrscheinlich Dardosch! Hä? Er hat doch Dalu gesagt! Eindeutig! Ja aber Dalu war viel zu weit weggekommen! Ja aber Dalu war viel zu weit weggekommen! Wir haben irgendjemand Liquid und Kondran getötet! Okay! Er wurde erschossen! Hä? Moment! Wovon redet ihr jetzt? Ja... Was machst du da? Er wurde weggesniper! Hier hat jemand Liquid und Kondran getötet Nefi! Du warst das ne? Nein! Das wird ja noch weniger Sinn machen! Ja eben! Ich hatte mir im 16! Als ich dir entgegen kam! Wo bist du? Ja! Es macht Nefi ja eben! Nefi hat gar keine Ahnung! Aua! Nefi! Wieso? Goro! Ich glaube es ist Early der verfolgt ihn die ganze Zeit! Ich habe keine Ahnung wo ihn sein! Ja ne du versuchst es ja eben! Hau ab! Ich suche meinen guten Kondran! Wer ist dein Nefi Agapi? Nefi hat auch noch nicht geschossen Goro ne? Ren! Wieso fällt dir jetzt schon wieder mein Nerwe? Warte mal Dardosh! Komm mal hier! Nefi hast du! Komm mal beiseite hier! Ne Pumpkin! Hey Freunde! Danke! Er ist da ganz unten! Hey Goro du bist ja schon wieder Detektor! Gut Gaming lebt wieder! Jetzt kann Gut Gaming den Echten töten! Ja sauber! Ich bin wieder Detektor! Dann ist es Dardosh! Er zählt schon auf meinen Korb! Nefi hat auf Dardosh geschossen! Ey da ist er durch den Traitorgang! Kick! Grant! Hier das war Dardosh! Dardosh war hier! Das war Grant! Ey Early wo kommst du? Steht auf dir immer noch! Ey einer von euch beiden muss es jetzt wirklich sein! Du oder Dardosh muss es sein! Okay dann ist es Dardosh! Der Traitorgang war gerade eben zugegangen! Wo ist der Traitorgang? Hier? Ja hinter dem Bücherregal! Alter hier wird auf Goro geschossen oder? Ja hier! Goro es muss doch Dardosh sein! Hä was? Ich hab doch nichts gemacht! Hallo! Noch Dalu! Deswegen hat Nils wahrscheinlich... Dalu hat gerade eingekauft! Ja Dalu hat eingekauft! Sicher? Ey ich richte den hin! Einer hat ihn bescheuert! Er hat geschossen! Er hat geschossen! Er hat auf Early geschossen! Aber ich glaub das ist Hass! Ey mehr auf mich! Ey Early ich mach dich jetzt ne! Aga B das ist die falsche Richtung! Wie sicher bist du dir mit Dardosh? Du und Dardosh waren in diesem Raum! Die Theorie ist jetzt das Nils eigentlich Dardosh gesehen hatte! Und der ja auch mit D anfing! Also du und Dardosh waren in einem Raum! Und dann ging das Bücherregal auf! Hier ist Dardosh! Ja und? Was ist es mit Dardosh? Darf ich ihn töten? Ja! Ich mach ihn jetzt! Es ist Hallo! Es ist Hallo! Es ist Hallo! Es ist Aga B! Es ist Korki! Es ist Korki! Wer ist es denn jetzt? Ey Goro macht gar nichts hier! Er entscheidet gar nichts! Wer du klassischer! Was jetzt entscheidet? Ja gut! Es ist Dardosh oder nicht! Nein! Wieso denn jetzt Aga B! Dardosh oder ich? Achso! Ja dann beide ne! Hä? Wieso denn beide? Was? Ich hab doch gar nichts gemacht! Oh Dardosh! Was ist denn mit Nils? Ich dachte Nils wurde wieder gelegt! Warte ich bin vergiftet worden! Ja Dardosh ist wirklich vergiftet worden! Das ist ja schon mal... Das ist Dardosh! Das ist Dardosh! Das war Dardosh! Ich war doch gar nicht bei ihm! Du musst es wegheilen! Heile es weg! Das muss Dardosh sein! Dardosh muss hier in diesen Gang gehen! Du hast das heute gekauft! Warum so viel hast du denn? Ich geh in die andere Richtung! Pass auf Early! Nicht dass du mich erschützt! Du musst es wegheilen! Das geht! Aga B! Aga B! Toll! Ich hab mit Aga B! Ich bin vergiftet! Confirm ihn doch! Ja ich bin doch vergiftet! Ich seh nichts! Dann heil dich die ganze Zeit! Dardosh ist es auch! Wo ist er denn? Gleich Tor! Den machen wir! Ah! Siehste deswegen wollte Nils nämlich eigentlich Dardosh! Ich hab einfach irgendeinen Namen gesagt! Nils! Ich stand ganz hinten im Gang und hab Nils nen Headshot gegeben mit der Sniper! Aber Nithi hat doch auf Dardosh geschossen! Ja aber nur weil er an dir vorbeigeschossen hat! Ja genau! Guck mal da! Guck mal da! Dardosh hat Dardosh ein Aga Pi gekriegt ne Alipi! Bei Julia am Anfang ist es normal dass du Rachen hast ne? Dadurch hat Dardosh ein Aga Pi bekommen! Dass du Fäuste hast meine ich! Ja ja ne! Bei mir hatte ich am dritten Mal immer noch durchgegangen! Oh Gott! Aber jetzt gehts? Ja jetzt gehts nach dem ich neu... Ich hab ja noch... Nach und nach durch Verzahlen... Ich werf einfach mehr Fässer da durch! Ey brennt in der Hölle! Und durch das Verzahlen der Hölle mit Liquid und Kundra zusammengefallen! Oh Gott die brennt ja überall! Ey Nils... Wie oft werd ich denn Detective ey? Ja weil alle Detective ausgemacht haben ey! Ich hab's auch ausgemacht diesmal! Ey Liquid hat doch grad geschoppt oder? Ich kam grad durch Brotale! Irgendjemand muss es ja machen! Ist Liquid jetzt frei zum Abschuss? Liquid ist eigentlich frei jetzt! Was?! Ich kam durch Brotale! Den Mare! Den Mare! Ja aber Anna hat zum letzten Liquid gesagt! Da ist er! Hallo! Entschuldigung! Ja warum soll ich denn ausweichen? Hier was kann man hier rein und dann sieht man ob man Traitor ist! Hallo Darlou! Hallo Darlou! Und dann hat mein Verständ kaputt gemacht! Ja! Hä? Auf Liquid der ist doch da vorne! Der ist frei! Ich bin's nicht! Ich war hier in diesem Traitor-Check-Gedöns! Wo warst du? Im Traitor-Room! Nein! Wo ist der Agri-Pieterrat? Was ist das? Leute guck mal ich bin unsichtbar Liquid! Nein bist du nicht! Ey! Es gehen alle rein! Ey! Ok! Ich bin hier in diesem Video! Da sind wir nicht teleportiert worden! Ich bin so ein bisschen verwirrt gerade! Das war Darlou übrigens! Ah! Du kleiner! Wo ist Darlou denn? Wo ist Darlou denn? Das ist witzig hier! Early! Oh! Es ist Early! Er hat auf mich geschossen! 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 Er ist knapp an meinem Kopf vorbeigeflogen! Er hat auf mich geschossen! Ach Gott! Er ist alle tot! Agri-Pie, lebst du noch? Ja ich lebe noch! Was machst du denn? Er hat einen Traitor gekillt! Ich glaube oder? Oder habe ich Julia getötet? Ich will ein bisschen mehr! Agri-Pie zurück! Zurück! Ich will ein bisschen mehr! Die Taube ist knapp an meinem Kopf vorbeigeflogen! Ja es war eine Explosion! Gut Early! Sehr gut! Klassischer Early! Ich habe Julia getötet mit einer Plasma! Nein! Wir wollen das nicht verheimlichen, dass Early Boy Julia getötet hat! Ok stimmt eigentlich! Lass mich doch mal in Ruhe! Ich wollte ja den wiederbelebt! Echt? Lass mich in Ruhe! Oh Shotgun! Das warst du doch gar nicht! Ich geh jetzt in den Traitor-Room! Der Agri-Pie steht da hinten gerade vor und zurück glaube ich von der Sniper! Ich habe eine Idee! Hast du da gesehen einen Sniper? Ja von mir! Hier kommt es! Nein! 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 Oh ok ok ok! Wenn jemand durch Pokémon fahren würde ich mich nicht mehr! Wenn ich es jetzt wäre würde ich dich erschießen sobald du ihn wiederbelebt hast! Das wäre so geil! Du! Fuck you! Ey das ist mein Fahrrad! Ich habe mir ein Fahrrad genommen! Worth it! Geil! Das wäre richtig mies ne! Wenn ich einen anderen Traitor... Ja ich weiß! Das wäre aber saugeil! Ey nicht schießen bitte! Wieso glaube ich dass Dalu jetzt Traitor ist? Ich habe gerade Early Boy nochmal erschossen! Ja eben! Nefia! Also Early Boy ist zweimal gestorben die Runde und hat einen Traitor getötet! Ja! Beste Runde! Bester Mann bisher! Dalu kommt gerade ein! Hey! Ne Nefia hat gerade eingekauft! Ne Dalu hatte gerade die heftigste Gelegenheit mich zu töten! Also ich finde hier ist einigermaßen konfirmt! Ey wo guckst du jetzt? Nefi hat einen Traitor! Ich habe auch gerade noch einen Traitor erschossen! Ey Nefi du bist doch so ein Traitor! Stimmt du hast einen Traitor! Ah der Pi hat mir gerade eine Nate gedroppt und die ist doch nicht hochgegangen! Ich mach mit! Ah ok ok! Ich mach mit jetzt! Brand von Goro! Brand von Goro! Ja Goro macht mit! Alles klar Goro! Ich mach dich jetzt! Nefi du bist doch so ein Nintendo Freak! Goro confirm! Ich kann die Melodie aber nicht! Mach die Pokémon Musik! Mach den Call auch noch! Ich kann keine Pokémon Musik im Kopf jetzt! Komm wir haben noch einen Nefi! Komm wir will eben nochmal wieder! Kann ich ihn nochmal erschießen? Ja Taube! Kaputt! Auf mich zugeführt! So knapp an mir vorbeigeflogen! Ich hatte Plan! Das ist die optimale Taube! Ich hatte einen Plan! Ich hatte einen Plan! Der Taube ist auf der Map echt geil! Aber Early hatte sie halt! Darf man Leute hier vorne im First Room hier killen oder? Klar! Ja klar! Aber die sollten ja innerhalb der Zeit die rauskriegen! Ja ich bin gespawnt! Ja das ist korrekt! Ja das ist korrekt! Also bitte an die Regeln halten Anne! Ja Anne! Du hast 30 Sekunden Zeit! Ja das ist schon wieder Anne! Wir hatten gerade das Gespräch! Wir hatten gerade das Gespräch! Ja das ist schon wieder Anne! Wir hatten gerade das Gespräch! Ey wer ist dort ja einfach in mir dadurch! Ist Anne schon wieder gestorben jetzt? Ich wollte dass wir Stuck sind! Nein! 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 Oh! Ist es denn wahr mit der Waffe hier! Shotgun! So ich bin safe! Ist das so ne gute Idee da an? Ich weiß nicht! WAH! Das gibt es doch nicht! Ist das ein Traitor Tester? Ja! Leg bitte! Ey hier nicht den Nefi! Den Light Trade machen! Was ist hier los? Naja ich muss ja hier irgendwo lang gehen! Ja aber warum denn hier genau! Hier ist Grant! Ja Link wird das auch sein! Nix da! Nils ich bin hier.. Das ist ne Einbahnstraße! Na hallo! Das seh ich ehrlich gesagt anders! Block Nils bitte! Wink mich nicht! Der verfolgt mich die ganze Zeit! Wink du mich nicht! Wink du mich nicht! Oh! Warte mal Nils hat immer noch... Ich bin vergiftet! Ich bin vergiftet! Ey ich hab Anne getötet weil sie Nils vergiftet hat! Das war ich! Anne gekillt Leute! Das stimmt überhaupt nicht! Ich war das! Ich hab auf Anne getötet! Okay Brandgranate auf da! Ich bin Detektiv hier der was anderes behauptet der ist von so was! Ich bin die zu! Ich hab Anne getötet! Dalo hat ne AWP! Wow das sieht aus! Krass ne! Da ist die Detective Trailer! Du bist der einzige Trailer! Licht ist auf! Ja! Licht ist wieder an! Licht ist wieder an Leute! Alles gut! Angeblich! Hey das ist... Angeblich ist es AGP! Da ist AGP wirklich! Wer schießt hier! Wer schießt hier! Ich hab ne AUG! Das würde alles kriegen! Dalo hat ne AWP! Was da los? Der ist Detective Trailer! Nein, der ist Detective! Ja, mach ich fertig! Promunition! Scheiße! Er wird genau vor mir umgebracht! Oh! Das ist eine Chance! Jetzt mach ich dich! Was? Wenn ich dich hier in den Katastrophen bin... Wer hat denn da noch Sicht gehabt? Ich glaube das war AGP! Globius! Globius, wir sind immer weit... Da liegt ne Leiche auf jeden Fall! Erli lebt immer noch! Und redet nicht! Also allein dass Erli so lange lebt! Weil ihr alle am Durchnachdach schreit wollen, was heute machen! Alleine... Alleine... Alleine weil Erli noch lebt! Halt! Ne, hier liegt noch einer! Hallo! Alleine weil Erli noch lebt ist das! AGP ist tot! Dann muss es Nefi gewesen sein! Nein! Ich war das nicht! Ey! Hilfe! Dadurch! Ey, sag wie du sagst du mein Name? Globius! Was denn? Wenn ich tot bin, ist Globius! Nein! Die AWP tötet mich! Aaaaaaah! BANANE! Oh, Banane! Oh, Banane! Oh, Banane! Oh, Banane! Oh, schade! Warum bin ich gestorben! Du lebst da noch! Du lebst da noch! Du lebst da noch! Du hast gewonnen! Hä? Du hast gewonnen, Erli! Ja, ja! Ok! Mach's los! Ja, Erli kennt den Win Bildschirm noch nicht. Das ist ein bisschen angeworen. Oh, Mann! Ich wollte gerade noch shoppen! Hat Dalu die... Die Banane aufbogen? Ich bin auch einfach gestorben. Hier ist ja ein Loch. Ja, da ist ein Loch. Ich bin zuerst dran, Nefi. Ich bin über den Spikes gespawnt. Genau da. Komm, wir bleiben hier, falls wir es werden. Was ist eigentlich hier mit den Knöpfen? Stell dich hier so hin, Nefi. Falls wir es werden, können wir wen abknallen. Nein! Ich geh lieber. Da ist Dalo gekommen. Vorsicht! Oh, ich hab Goro eingeschossen. Goro ist tot! Der ist durch den Telefoner geflogen, die Leiche. Gramps hat Goro gekehlt. Der hat sich seine Identität geholt. Wenn ihr Goro seht, abknallen, das bin ich. Da ist ein Fake-Goro bei. Hier ist ein Fake-Goro. Ja, Toppinggänger. The Cake is a Fake. Alleine ist Goro noch neben. Hallo Goro. Da brennt, oh mein Gott. Ich bin Fake-Goro. Moment. Ey, 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 warte mal. Was ist mit mir boxen oder was? Goro, was war da denn los? Bin sie? Bin sie, bin sie. Auseinander. Ein Inzident. Ein Inzident. Was geht hier denn ab? Du hast nicht gesehen, dass ich grad nachlade. Letzte Schluss. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Ey, AGP ist fast tot. Ich hab noch eine AP bei Goro. Ich hab noch eine AP bei Goro. Ein AP, boxt ihn. Es fällt doch gar nicht auf in der Menge. Goro war's. Das war Nils. Goro war's. Goro war's. Goro war's. Goro war's. Halleluja. Wo war die? Goro ist es eher die Tötet. Goro ist es eher die Tötet. Grems, lebst du noch? Ja, Anne. Grems und dich sind, glaub ich, safe. Goro. Tötet Goro. Anne, Anne, Anne. Goro ist es wirklich Goro? Oh, Dados wurde wegge... Ding. Sie hat das Baby geworfen. Ich hab Anne getötet. Das stimmt doch gar nicht. Nein. Was ist da da eigentlich passiert? Was ist hier mit den ganzen Leichen? Warte, wie viele sitzen dann da? Identifizier die mal alle. Ja, warte, ich bin dabei. Joga ist mir vorbei gerannt. Gut, dass ich unsichtbar bin. Ich glaub, Liquid ist der letzte Überlebende. Ne, wer doch. Liquid, schieß doch. Ne, ich hab jetzt fast alle confirmed, glaub ich. Was labert da, Luda? Liquid und Kunrad können sich doch... Hier, Kun ist Kunrad da oben. Es sei denn, der Traitor-Kollege wollte da... Was ist... Wer war full life? Sag schnell nochmal, Julia. Du bist doch voll... Ich bin fast tot. Kann man mit den Türmen was machen, Grants? Weil die Heilige neben mir explodiert ist. Komm, hierher. Hier sind die Gesichter. Wir sind ja auch noch. Unlife. Ja, ich hab aber Anne erschossen. Ja, stimmt. Da, Kunrad. Wut vergiftet. Julia ist es. Liquid ist es. Liquid ist es, Leute. Anne, Julia ist Detective. Okay. Es ist Liquid. Wir haben alle gesehen. Ich erlöse dich eben. Nein, lieber nicht. Warte, 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 warte. Wer ist... Es ist auch Liquid. Den finden wir doch hier wohl. Hallo, ich bin safe, Julia. Jetzt hör mal auf, so einen Quatsch zu sagen. Wie kann ich durchs Feuer werden und full life gewesen? Goro ist durchs Feuer gerannt. Er ist doch fast tot. Hä? Leute, mir nach. Hier. Wo bist du? Nein, hä? Er ist ja gespawnt, Julia. Wieso hast du dich gesehen? Ich hab niemals gesehen. Oh, da hinten. Ich bin überall, Freunde der Sonne. Liquid. Ah! Ich hab Goro wiederbelebt übrigens. Hallo, Kunran. Ich sterbe jetzt. Kunran, du stirbst. Ah! Oh! Oh! Oh, war der schön. Der hätte später die Diegel behalten, ey. Du hast aber einen in der Hand bei mir. Also du hältst zumindest was. Aber hier liegen welche. Guck, hier hätten welche geliebt. Ach da, wir hätten welche geliebt. Anders, weiter weiter. Warum war der so schnell tot? Dardosh hat doch Anne gekillt, ne? Nein! Die Musik machen mich leicht. Ey, Kunran, geh doch mal weiter! Hänge fest. Aber Dardosh hat sich trotzdem töten lassen. Ah, okay. Dardosh. Die Traitor töten. Ne, die Traitor. Finde ich nämlich kacke. Kann ich doch nicht dafür, wenn Dardosh betrunken spielt. Haben wir es am Fade gestorben? Dann werbe ich jetzt eine Brandgranate. Flick kurz, such vor die... Nein, ich bin in das Dings. Nein, mit dir, Lobius. Guck mal, jetzt, 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 jetzt. Guck mal, guck. Was mit mir? Hier, Radhi. Mal gucken, was... Oh, kacke. Achso, ja, ja. Ist damit tot? Was? Scheiße, nein! Hey, ich bin Detektiv! Ah, get me out of club! Wow! Warte, da wo keine Tele... Da wo keine Portal-Textur an der Wand ist, da können nur Traitor rein, oder was? The fate is real. Anne, shop! Anne, am shoppen! Ich warte, bis das Feuer weg ist, du Idiot. Ne, drüber war auch Portal. Warum nimmst du das nicht? Sie hat dich Idiot genannt. Man, ich war auf der anderen Seite, war. Dardosh. What the fuck war das? Was? Oh, hey, ihr Bengel! Dardosh, 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 Dardosh. lais, safe, safe! Nein, warum denn?! Cott! Ich hab' auch auf Dardosh geschossen! NeFu! Ich hab' auch auf Dardosh geschossen! Ich hab' auch auf Dardosh geschossen! Alter, er wollte sich hochtöten. Ja echt mal, nur weil ich ein Lieutenant bin und du so ein Fuß-Handlanger. Fuß-Handlanger. Du bist halt der mit dem niedrigeren Lehm. Komm dran, was wird das hier? Nicht mehr lang. Verlassen wir den Tartort! Ich bin safe, Earlyboy, ich hab Danukat erschossen. Wieso hast du das getan? Nein, den hast du nicht, den hab ich. Ich hab auch auf ihn geschossen. Da kommt Anne wieder! Anne ist es doch! Ich glaube es ist Nefi. Anne, 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 Anne! Gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie! Nein! Ist das ein Traitor? Lassen Sie die Leiche liegen! Lassen Sie die Leiche liegen! Lassen Sie die Leiche liegen! Ey Nefi, warum kämpfst du da? Ich beobachte eine Leiche. Gehen Sie vom Tartort! Amaro! Dadosch! Nefi, du Boy, Alter! Dadosch, Dadosch, Dalu! Ja, hat dein Traitor-Kollege extra noch mal ein paar Worte zu dir gesagt vorher? Ja! Mach keinen Scheiß! Ja, genau! Vielleicht hat er auch mit dir geredet. Ne, weil du die Runde davor nämlich schon Team-Attack gemacht hast bei deinen Traitor-Kollegen. Ja, genau! Anne! Anne, 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 ja! Läuft so wenigstens Kundran durchs Bild. Und Duck! Vorsicht, hier sind Leute. Igitt. Anne, konnt nicht schmulen Traitor-Bug. Manche Leute fehlen doch noch hier. Was ist mit Julia? Kundran ist auch noch hier. Was ist mit Liquid? Warum läuft da alles noch nicht identifiziert? Nebiyaaa! Die sind identifiziert, guck doch! Nebiyaaa! Hä, bei mir ist nur Lobius und die Traitor. Nice try, Nebiyaaa! Aber die liegen doch hier. Nebiyaas hat sie doch, äh... Ja, hier liegen doch Lobius und Dalu liegen doch hier. Was ist mit Julia? Guck mal, Dadusch hat's gesagt. Nebiyaas hat sie doch. Guck mal. Dadusch hat nämlich gar nicht auf Dalu geschossen. Natürlich! Ich habe ihn gedettet. Ich und niemand anders. Aus dem hab ich ihn Anfang der Runde schon, äh, confirmed. Aber ist ja auch unwichtig. Ich hoffe, ein Detektiv hat Dalu's Leiche mitgenommen. Ja. Gut. Ich muss sagen, die Portraitern wäre auf dieser Map verdammt geil. Ah, ich wurde abgeschossen von der Sniper und zwar von... Kundran dann. Nefi, 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 Nefi. Nein, 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 Kundran dann. Geht's auf mich vielleicht tot. Gar nicht wahr. Ah, Kundran. Hallo. Macht er noch mal. Oh, danke. Das ist so unerwartet nett von dir. Unerwartet. Warte, da rechts, da rechts. Und jetzt gefunden. Da ist ne Leiche. Wanderer. Oh, ist das ein Scheiß, jemand findet keinen. Dadusch ist tot, ey. Und ran ist es! Oh! Kundran! Das sah gut aus. Das sah gut aus. Warum das denn? Das find ich nicht nett. Du hast mich grad angeschossen. Das hätte mich nie tun. Friends, wo bist du? Tod. Friends, wenn du noch lebst, bleib wo du bist. Ich komm zu dir. Ich bin tot, aber... Kundran ist zum Abschluss frei. Warum denn? Ah! Friends, wo bist du? Tod. Komm! Warum redest du da? Weiß nicht. Er hat da seinen Spaß drin. Sag mir nicht, wo du gestorben bist! Mann! Mann! Ah, super! Schade. Kunran macht so gute Runden, Leute. Und dann wird er von Kate gekillt. Aber ich hab, guck mal, Oli, ich hab doch sogar den Detective zur Leiche gecallt. Der hätte jetzt doch sehen müssen, wo er gestorben ist. Ja, nein, nein, nein. Wenn ich doch in die Luft geschossen hätte, dann steht der Tipp vor mir. Ich hab's nicht geglaubt. Ich hab's nicht geglaubt. Schade, dass die Dragon Punches verschwinden, wenn man sie einmal gebraucht hat. Was habt ihr gegen mich? Nichts effektives. Was haben wir nicht gegen mich? Mein Dragon Punch war aber effektiv. So in der ganzen Masse. Ja, Nils ist auch durchgegeben. Vier Leute waren in dem Raum. Ich hab auch einen. Hey, Nils, du! Ach, Lobios ist das. Ja, ihr... Du stehst doch draußen, weil das ist ja ein Problem. Ja, Nils, du. Oh, Leute, das gibt Free-Kills für mich. Letzte Runde. Ich mach die alle fertig. Äh, hier, den AGP. Das sterben, Leute! What's that? Hallo? Wer? What's that? Ich war das nicht. Die haben sich gegenseitig abgeknallt. Nefi, lass das doch mal gut sein. Die haben eskaliert einfach. Guck mal, ich hab zwei Traitor gekillt. Ich hab zwei Traitor gekillt. Ja, dann ist der letzte Grant. Ey, ja, und ich hab die anderen beiden Traitor hier mitgekillt, oder was? Ja. Warte, was ist hier passiert? Die sind einfach alle eskaliert. Weg vom Tatort! Weg hier! Was hast du mit zu sagen, Arli? Ah! Das war... Julia! Ah! Okay, scheiße, Uli war's nicht. Ich war's nicht. Wieso wolltest du mich denn anzünden? Hab ich doch. Ich hab nix geworfen. Das kriegst du zurück? Nefi, wer denn jetzt? Nein, weg mit dem Scheiß, was auch immer das ist. Nefi, auf wen soll ich schießen? Nefi ist glaub ich tot. Nefi? Nefi? Ja, dann bist alle... Ne, das hab ich im Earlier gemacht. Das war nicht so schlau. Was ist das eigentlich für Kars? Leute, ist es Grant? Ah, hier ist Nefi noch. Nefi, hier ist jemand gestorben. Nefi, hier ist jemand gestorben. Wenn Nefi tot ist, ist es Grant. Ey! Du Monster! Guck mal, Nefi ist tot! Das warst du! Ey, go! Ich mach gar nix, wozuhelle seid ihr überhaupt? Ich mach Grant jetzt. Nein, halt! Er hat mit der Golden Eagle geschossen. Er hat wirklich mit der Golden Eagle geschossen. Ja, das kann ja jeder erzählen. Ich hab die! Goro. Das kann ja jeder erzählen. Was ist denn? Ich häng dir den Scheiß an, ey. Wo bist du, ey? Wenn ich jetzt sterbe, Leute. Warte, 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 warte. Hört genau hin. Ja, es ist auch gerade. Nein! Wieso? Halt! Das ist so logisch! Du bist nicht gestorben! Nein! Also doch, Botzer. Ah! Das ist wirklich scheiße. Nein, wir alle! Als das Baby flog, war ich mir sicher, dass Gwenz es war, weil du da warst im Gang. Und deswegen hab ich mit der Golden Eagle auf dich geschossen. Ach, du hast mit der Golden auf mich geschossen. Ja. Ich hätt auch noch mal drauf geschossen. Aber der Friendship hat die Runde beendet. Ich wollt ja auf die schießen, Goro. Damit alle denken dann. Guckt euch mal das Hammer an. Ist ja eh die letzte Runde. War ne echt spannende Runde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschau! Tschüss! Tschüss!